Zum Tagesgespräch begrüße ich in Freiburg Prälat Dr. Peter Neher, den Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes. Herr Dr. Neher, Sie befassen sich sicherlich mehr mit der Praxis als mit dem politischen Geplänkel. Wird die deutsche Gesellschaft ärmer? Also was eindeutig schon aus dem Bericht hervorgeht, dass die Vermögensverteilung tatsächlich sich dramatisch verändert. Wir haben noch 10 Prozent der Bevölkerung, die über 50 Prozent des Vermögens verfügen. Und das ist eine Entwicklung, die voraussichtlich auch angesichts der großen Vermögen, die es zu vererben gilt in den nächsten Jahren, noch weiter zunehmen wird, wenn nicht politisch hier doch versucht wird, andere Weichen zu stellen. Ist die Verteilung von Vermögen wirklich die Lösung? Man könnte ja auch sagen, reiche Menschen engagieren sich sozial und helfen deshalb der Gesellschaft. Das ist sicher nicht die einzige Lösung. Ich glaube wesentlich vorrangiger für mich, neben dem, dass das nicht aus dem Auge zu verlieren ist, dass Armut vererbt wird. Wir haben ja die Situation, dass Kinder, die aus Familien von ungelernten Arbeitern kommen, selber wieder 30 Prozent, mit 30 Prozent ungelernt selber sind. Und wir haben die Situation, dass nur 10 Prozent der Kinder, deren Mütter einen Hauptschulabschluss haben, ihrerseits das Gymnasium besuchen. Ich glaube, das sind ganz konkrete Stellschrauben. Thema Bildung, Gerechtigkeit vor Ort. Ist der politische Wille da, an dem Thema etwas zu arbeiten? Die Fakten sind seit Jahren auf dem Tisch. Ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, nur jeden Bericht abzuwarten und dann in große Empörung zu verfallen. Konkrete Taten sind verlangt. Und die konkreten Taten sind nicht unmittelbar mit direkten Geldtransfer verbunden. Denn die Angebote im Bildungssystem, zum Beispiel Ganztagsschulen etc., sind ja unabhängig vom privaten Geldbeutel. Ich denke, es ist beides wichtig. Also es hat ja auch was mit dem Gefühl von Gerechtigkeit zu tun. Wie ist die finanzielle Ausstattung? Wie kann auch eine Familie selber am alltäglichen Leben teilhaben? Und gleichzeitig, wie Sie zu Recht sagen, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Da gehört eben auch die Möglichkeit einer Ganztagsschule dazu. Da gehört Schulsozialarbeit dazu. Da gehört der politische Wille einer Kommune dazu, an dem Thema etwas zu ändern, dass Kinder eben nicht ohne Schulabschluss die Schule verlassen, dass sie tatsächlich Armut nicht einfach vererben, sondern wirklich auch unabhängig von der sozialen Herkunft einen qualifizierten Abschluss machen können, aufs Gymnasium können. Das sind ganz praktische Weichenstellungen, die auch nicht vom finanziellen Vermögen einer Kommune abhängen. Gehört da auch Wohnungsbaupolitik, Städtebaupolitik dazu, dass keine sozialen Brennpunkte entstehen? Ich denke, gerade was Sie da ansprechen, ist ganz entscheidend. In den letzten Jahren ist ja der soziale Wohnungsbau ziemlich zurückgefahren worden. Und wir haben ja die Situation nicht nur in Berlin, dass wir ganze Ghettos haben, wo Menschen in prekären Lebenssituationen zusammenwohnen. Wir brauchen tatsächlich bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen aber auch durchmischte Wohngebiete, wo Kinder sich gegenseitig erleben und erfahren. Und insofern, wir haben auch zusammen mit der Diakonie ein Projekt, Kirche findet statt, die ganz stark auf Sozialraumorientierung hingeht. Und da ist tatsächlich der Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum, Zusammenarbeit mit anderen, mit den Betrieben, mit den Jobcentern, mit den Schulen, mit den Wohlfahrtsverbänden, sind, glaube ich, wichtige Weichenstellungen, um hier langfristig etwas ändern zu können. Sie bieten als Sozialverband Caritas Katholische Kirche, Diakonie Evangelische Kirche, Sie haben auch die Diakonie genannt, die praktische Hilfe an. Werden Sie auch politisch tätig als Verband? Wir sind natürlich seit vielen Jahren, das ist eine der zentralen Aufgaben der Caritas, auch politisch zu handeln, politische Anmerkungen zu machen. Darum bin ich auch relativ entsetzt über die Art und Weise, wie auch dieser Armuts- und Reichtumsbericht jetzt veröffentlicht wird. Da gibt es einen Entwurf, dann wird an dem Entwurf wieder etwas korrigiert, dann wird er wieder in verschiedenen Lesungen beraten, dann kommt er in das Kabinett. Warum sage ich das? Weil damit eigentlich die Kraft dieses Berichtes und auch die Dramatik, mit der er auf die Armuts- und Reichtumssituation in unserem Land hinweist, die verpufft damit. Und man hat fast das Gefühl, es ist politisch gewollt, dass dieser Bericht eigentlich nur häppchenweise zur Kenntnis genommen wird und bis er dann endlich ganz da ist, dass ihn eigentlich niemand mehr interessiert. Und darauf, da weisen wir als Caritas und in meiner Rolle sehr deutlich hin, dass hier dieser Bericht nicht einfach ad acta gelegt werden darf, sondern dass wir aus den Ergebnissen ins Handeln kommen. Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, aus Anlass der Vorlage des Armutsberichtes. Danke nach Freiburg. Dankeschön.